Hier unten bleiben immer Leute voran. Jetzt sind glaube ich auf allen Bahnsteigen die CD-Bahnsteige. Wir gehen aber zu Platz 8. Ich werde das. Ich werde die CD-Bahnsteigen. Hier unten. All right. Fast jetzt ist es voll... fast nicht so gut. Das hier scheinen neue Batterie zu sein oder sonst was. Ich bin ein Flugzeug da als im Vorlieb. Meinst du eher? Das hier scheint aber auf dem Offenblick ein XP-Übersuch zu sein. Wir haben die XP-Übersuch angeschafft. Ja, das sind diese Distriptive, von denen ich vorhin fragte, ob EX ist hier irgendwas. Keine Ahnung, sogar alle.